Der Kryptomarkt macht wieder grüne Zahlen. Wir sehen es schon im Hintergrund. Hier ein paar grüne Bubbles sind wieder am Start. Das heißt, wir müssen natürlich auch mal wieder ein Update-Video machen. Momentan sind wir ja immer noch in unserem Ethereum-Trade drin. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Wo geht es denn mit Ethereum in Zukunft überhaupt hin? Wie sieht es momentan aus? Wie ist momentan die Lage? Wie ist die Stimmung? Wie seid ihr da draußen drauf? Seid ihr momentan immer noch hyped und es geht jetzt endlich los, dass der Bullrun jetzt endlich mal startet? Oder sind wir vielleicht schon mittendrin im Bullrun und merken davon gar nichts? Das schauen wir uns natürlich nochmal genauer an. Und natürlich auch neue Informationen bezüglich des Ethereum-ETFs. Die müssen wir uns natürlich auch anschauen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, damit ihr hier nichts verpasst. Moin Leute und willkommen hier zum neuen Video. Wir springen auch direkt rüber hier in die Charts und gucken uns erstmal Ethereum allgemein hier auf dem Wochenchart an. Momentan sind wir jetzt ja hier in der letzten Kerze, also in dieser Wochenkerze. Die sieht sehr, sehr gut aus. Und so wie es aussieht, wird diese jetzt bis Ende der Woche, also noch bis morgen, wird diese hier Bullisch schließen. Das heißt, wir haben hier unten sehr guten Support gefunden. Was war das Ganze hier unten? Lass uns mal ein bisschen schauen. Eine ganz entspannte Wochentrendlinie, die wir jetzt auch ein bisschen anpassen können. So, zack, eine schöne Trendlinie haben wir hier mitbekommen. Natürlich seht ihr, okay, ich habe das Ganze so analysiert. Wir waren letztes Mal beim letzten Ethereum. Ja, Update-Video, das ist schon ein bisschen her. Da waren wir hier oben. Da haben wir gesagt, von da aus geht das Ganze hier nach unten. Und wir haben Möglichkeiten, dass wir nochmal bis 2,5 hier runterkommen. Natürlich haben wir jetzt hier aber einen Bereich getroffen, wo wir wirklich eine Trendlinie auch noch erwischt haben. Sehr gutes Support-Level. Das heißt, ob es hier jetzt wirklich nochmal hier komplett runterkommt auf die 2,5. Das kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Es könnte auch sein, dass wir dieses Gap, ihr seht hier in der Mitte, ist noch so ein schönes Gap. Das könnte natürlich auch einfach so liegen bleiben. Und der Chart könnte hier einfach nach oben hin weiter durchstarten. Selbstverständlich haben wir hier drüber natürlich jetzt auch Widerstands-Level, die erstmal durchbrochen werden müssen. Ja, zur linken Seite können wir mal kurz schauen hier. Das ist dieser Widerstands-Bereich hier zwischen 3,2 und 3,5. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder nach oben hin durchkommen. Da sind wir jetzt erstmal nach unten hin durchgebrochen. Ja, aber momentan sieht alles sehr, sehr gut aus, dass wir hier unten Support finden und das eventuell jetzt weiter Richtung Long geht. Wenn wir da jetzt einmal in unseren Ethereum-Trade jetzt hier reinspringen. Das heißt, wir gehen einmal rüber hier zu BingX. So, da schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind jetzt hier momentan, ja, 464 Dollar im Profit. Und ihr seht, ich habe das Ganze ein bisschen aufgestockt. Wir sind jetzt schon bei 5 E's, die wir hier long gehen. Also schon eine große Menge, sage ich mal. Und wenn wir uns jetzt hier unten zum Beispiel mal, ja, unseren Tech Profit bei 10.000 Dollar hier eintragen, dann wäre das ein Gewinn von 35.600 Dollar, so ganz grob. Das ist natürlich schon eine ordentliche Summe und das schmeckt natürlich. Unser Liquidation-Preis seht ihr hier oben. Der ist bei 1,4. Ich arbeite, wie gesagt, immer noch ohne Stop-Loss. Wenn wir weiter tiefer kommen sollten nochmal, dann kaufen wir da natürlich nochmal nach. Aber generell können wir hier jetzt gerne weitermachen im Tageschart. Hier sieht man das Ganze nämlich sehr schön, dass wir jetzt hier an einer Trendlinie sind. Das heißt, wenn wir da jetzt ausbrechen, haben wir auf jeden Fall Chancen, dass es hier erstmal weiter Richtung Long geht. Es könnte natürlich auch passieren, dass das Ganze dort wieder rejected wird. Und wir gehen wieder zurück hier in diese Seitwärtsphase und das Ganze läuft erstmal ein bisschen weiter seitwärts. Und denkt bitte dran, das Ganze ist hier nur technische Analyse. Was heißt nur, die funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut. Aber wirkliche Events und so weiter müssen wir im Auge behalten. Bei Iseum wäre das jetzt zum Beispiel der Iseum ETF. Dann wird dieser nämlich abgelehnt. Dann kann es sein, dass wir auch nochmal tiefer fallen. Haben wir ja gerade eben in der Ansicht gesehen. Wir können nochmal kurz zurückspringen. Dann wäre auf jeden Fall möglich, dass wir doch nochmal zu den 2,5 hier runterkommen. Ja, aber von was für einem Iseum ETF spreche ich überhaupt? Und falls du jetzt Lust hast, mit Krypto-Trading ja durchzustarten oder allgemein mit dem Krypto-Investment, dann empfehle ich dir dazu hier BingX. Dort kannst du bis zu 6.980 Dollar Boni dazu bekommen. Das heißt, einfach nur den Link in der Videobeschreibung nutzen, dich kurz registrieren und dann kannst du auch schon direkt loslegen. Sie wurden auch von TradingView jetzt schon mehrfach als bester Krypto-Broker ja auserwählt, haben eine Auszeichnung dafür bekommen. Das heißt, du hast hier auf jeden Fall einen sehr guten Krypto-Broker und ich kann dir das nur ans Herz legen, dir einfach mal einen Account zu machen und dir das Ganze anzuschauen. Und falls du Fragen dazu hast, komm gerne in unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Auch den Link findest du in der Videobeschreibung. Dafür können wir uns hier einmal die Daten anschauen. Und zwar ist hier um ETF, der nächste ist jetzt am 23.05. Also schon nächste Woche ist das Ganze hier. Das heißt, da ist die Final Deadline für den ersten ESEUM ETF. Mal schauen, ob dieser zugelassen wird. Ich halte hier aber eher Ausschau nach dem ETF. Einmal hier unten von BlackRock und Grayscale. Da würde ich sagen, das sind so meine, wo ich darauf achte. Das heißt, 18.06. wäre das als Datum oder hier unten der 7.8. Aber generell, wenn das Ganze hier am 23.05. da jetzt wirklich genehmigt wird, dann gehe ich schon davon aus, dass das Ganze hier im Markt dann auch ankommt und dort wieder ein bisschen Power nach oben hin hier reinkommt. Dann müssen wir uns natürlich nochmal die Liquidation Heatmaps hier angucken von ESEUM. Wenn wir uns hier nur die letzten drei Tage hier anschauen, ist logisch, dass hier unten die Stop-Loss-Orders überall liegen. Unten unter den 3.000 hier bei 2.900 ungefähr, da liegt ein bisschen was. Aber da wir unseren Trade ja wirklich ja long-term halten, müssen wir hier eher so auf drei Monate gehen. Und bei drei Monaten, da macht das Ganze schon sehr viel Sinn, dass wir bis hier oben hin das Ganze auf jeden Fall traden wollen. 4.100. Hier oben sehr, sehr viel Liquidation Heatmaps hier oben. Das heißt, da wollen wir als nächstes hin. Natürlich können wir das Ganze hier noch erweitern, indem wir auf sechs Monate gehen. Da werdet ihr merken, dass wir auch Richtung Short, also Richtung nach unten hier, noch Bereiche haben, die geholt werden könnten. Gerade hier so in dem 2.400er Bereich, so ungefähr. Aber es kann, wie gesagt, auch sein, dass das einfach liegen gelassen wird und dass es hier weiter nach oben geht und wir uns erst mal hier oben Richtung 4.000 bewegen werden. Das heißt, das hier wäre jetzt erst mal so ganz grob der Fahrplan, wie es jetzt erst mal weitergeht. Und jetzt sagt ihr, ja, aber wieso hast du gerade eben 10.000 da eingetragen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch viel zu hoch. Ethereum wird doch niemals hier oben auf 10.000 laufen. Aber ihr unterschätzt, glaube ich, wo wir uns gerade befinden und wie hoch das Ganze noch laufen wird. Weil der Bullrun hier hat noch gar nicht richtig gestartet. Und ja, Ethereum hat hier noch nicht mal ein neues All-Time-High ausgebaut. Bitcoin hingegen schon. Das heißt, Ethereum läuft da immer noch ein bisschen hinterher. Aber glaubt mir, die werden auch noch kommen. Also wirklich Geduld, dann wird das schon. Ich setze da auf jeden Fall sehr viel Vertrauen rein in dieses Projekt. Deswegen Ethereum halt, muss man halt haben, muss man mitnehmen auf jeden Fall. Und dazu können wir uns hier mal ein schönes Bild anschauen. Und zwar dieses Bild hier ist einfach genau das, was ihr euch alle immer vor Augen halten müsst. Und jetzt, wir haben in einem Bullenmarkt, das sind hier von den letzten Jahren, ihr seht es, wir hatten hier Bullenmarkt-Correction hier unten. Wir hatten eine Correction in diesem Bereich, wo der Bullrun schon losging. Unten immer dasselbe Datum hier markiert mit der gelben Linie. So, dann hatten wir hier immer Corrections dazwischen. Jedes Mal, bis dann hier oben das Hoch erreicht wurde. Danach hatten wir einen Bärenmarkt. Wie tief ging der Bärenmarkt hier? 84 Prozent. Das ist auf jeden Fall jede Menge. Also 84 Prozent ist echt heftig, dass das Ganze nochmal so weit hier wieder nach unten kam. Dann seht ihr aber auch hier, gab es schon mal so einen Pre-Bullrun. Das ist quasi dieser Bullrun, der hier war sozusagen, also dieser Abtrend. Das war dieser Bereich, wo wir uns jetzt gerade befinden, der halt auch einfach viel zu früh war. Da hätte man gesagt, okay, das hier war schon der Bullrun, aber nee, in dem Fall war es das nicht. Danach gab es hier auch nochmal eine Korrektur. Dann ging es erst richtig los hier in dem Bullrun. Und hier seht ihr auch, auch da drin gab es immer mal wieder Korrekturen. So, jetzt befinden wir uns hier momentan. Das ist natürlich sehr interessant jetzt für uns. Und wir sehen, wir haben jetzt hier auch Korrekturen schon gesehen. Aber wir haben jetzt gerade mal hier dieses Datum überschritten. Das heißt, wir sind jetzt gerade mal hier unten an diesem kleinen Punkt. Und schaut mal, was danach jedes Mal passiert ist. Es ging immer wieder hier steil nach oben, steil nach oben. Und jetzt sind wir gerade hier oben in dem Bereich. Und ab jetzt kann es halt auch steil nach oben gehen. Wir hatten jetzt die letzte Korrektur hier von 23%. Und ab jetzt, ja, ich sehe nur noch Potenzial Richtung Long. Warum sollten wir denn gegen den Markt einfach hier dagegen traden? Alles spricht halt einfach dafür, dass das Ganze hier ja weiter nach oben laufen wird. Und ISEUM zählt natürlich auch vollkommen dazu. Bei Bitcoin könnt ihr davon ausgehen, momentan sind wir so bei 67.000, dass das Ganze locker sich verdoppeln wird. Also 120.000, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. So weit sind wir davon ja gar nicht weg. Aber generell könnten wir dann natürlich auch noch viel höhere Preise erwarten. Wo es dann mit Bitcoin wirklich hingeht, das ist halt das Schwierige. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, wann wir denn dann aussteigen. Und dafür könnt ihr diesen Channel hier sehr gerne kostenlos abonnieren. Denn ich weiß ganz genau aus den vergangenen Jahren, ich habe mir da einen ganz klaren Fahrplan gemacht, wie wir aus diesem Trade im besten Profit dann wieder rausgehen können. Und eventuell sogar dann hinterher Richtung Bärenmarkt. Und ihr seht, die Korrektur war hier 84, 77 Prozent, dass wir das dann natürlich im Bärenmarkt dann ja shorten könnten. Das heißt, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Channel hier sehr gerne und liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal gerne einen Kommentar da, wie ihr das Ganze seht und ob ihr auch in ISEUM investiert seid, würde mich sehr interessieren. Und ansonsten war es das heute mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.